Und damit seid gegrüßt wieder zu Kriegsgebiet, Warzone, Firefly Beziehungsweise Kriegsgebiet, Feiergefecht mit eurem Alpha Chief und heute möchte ich mal gerne von euch wissen, was sind eure Wünsche zu Halo 6, das kommende, was wohl nächstes Jahr, wie es aussieht, erscheinen wird, sollte, könnte. Wie stellt ihr euch die Story vor, wie stellt ihr euch das Multiplayer vor, was, was, was würdet ihr sagen, und das muss noch unbedingt rein und, ähm, fehlte die ganze Zeit oder, so, was würdet ihr einfach von den ganzen Story-Geschichten, weil ich meine, das Ende von, ähm, Halo 5 Guardians war ja so offen, ne, Ich meine, jetzt geht's wieder Kriegmäßig auf der Erde, Cortana greift die Erde an, was wünscht ihr so, was, was, was müsste als Gefecht kommen, kommen dann auch irgendwie noch weitere alten Spades vorbei, oder, ähm, erwartet ihr so ein, so ein, Cortana kommt back auf unsere, unsere Seite wieder. Und, vermutet ihr, dass es wirklich das letzte Halo Game ist, oder wünscht ihr euch noch irgendwelche Remakes, Beispiel Halo Reach, war an sich ein tolles Game. Wir müssen mal langsam jetzt mal echt nach unten, das könnte sonst noch fies werden, äh, ich glaube, ich nehme mal jetzt mal nix mit, oder das hier vielleicht, äh, es ist auch nix, äh, lass ich mal, ähm, weil, äh, ich meine, so ein Remake, könnte ich mir noch vorstellen, zu, äh, Halo Reach. Wir müssen uns hier gar nicht durch, hier, die Kollegen, wir müssen uns hier gar nicht durch, hier, die Kollegen, mal gucken, dass wir irgendwie hier wegkommen, albern, gerade hier ein bisschen zu viel hier oben rum, das geht gar nicht, ich gehe erstmal hier, Reck, eben abholen, so, du bist da unten, dann hast du versicht, wohl anzugreifen, alles wunderbar, blöder Idiot, alter. Ich bin da, ich bin da am Ballern und der überfährt mich, alter, was ist der denn? Was fährt er mit Mordhock da runter? Gott, die Güte. Alter, das, das war doch, das war doch ein Behinderten, äh, Entschuldigung. Oh, eine, äh, eine Waffe. Ja, also ich, äh, stelle mir die Story so in der Richtung, ich hoffe bombastisch, also ich stelle es mir so bombastisch, so ein, so ein schöner, schöner Einblick noch mal in Vergangenheit zwischen den beiden, vielleicht noch ein bisschen so auf Reach, ich meine, gerade so noch mal so ein, so ein, so ein, so ein Remake von Halo Reach, würde ich mir wirklich wünschen, ja, und, äh, oder so was, so, so von, so Halo Harvest, so die, äh, keine Ahnung, die ersten Schlachten, wäre geil. Definitiv, so Halo Wars in ganz normalen Ego-Perspektiven mäßig, das wäre so geil, so. Warte, warte, warte. So. Kann ich so, danke. Äh, Junge, du solltest fahren. Äh, 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 so ein bisschen Scherzgeks. Ähm, ich stelle mir da so ein bisschen bombastisch vor, dass so, so kleine Raumschlachten, so bei Halo 6, und wie gesagt, Remake von, 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 äh, Halo Reach, will ich wirklich euch erfreuen, weil Halo Reach war meines Erachtens ein sauguter Titel. Definitiv hat mich, ja, sehr viele Stunden gekostet, da Spaß machte, stundenlang, äh, online gezockt, Kampagne so oft gezockt, weil man einfach individuell seine Klamotten ändern kann und das schön in den Cutscenes sehen kann. Weil ich das nie gemacht habe, ich habe noch nie ein Mädel gespielt da. So. Kann man da eigentlich ein Mädel spielen? Weiß ich das jetzt nicht. Kann man, kann man sein, äh, Spartan als Mädel ändern? Ich habe die Granate geworfen, Bäm. Das ist mir süß. Ein bisschen angeschlagen, weil, ähm, habe ich jetzt so noch nie probiert, müssen wir machen. Und ich habe auch wirklich Lust, Halo, äh, Reach zu zocken. Vielleicht, wenn ich das LP mache, äh, das heißt, vielleicht, ich werde definitiv das LP machen, werde ich mal gucken, dass ich, äh, vielleicht ein Mädel spiele. Ich habe da glaube ich nicht drüber nachgedacht. das geht. So. Weil ich das warten, warum nicht? Das gibt's ja. Allein, wenn man so an CatDank, so, so noch mal ganz cool gemacht, Weil ich meine, allein die Grafik zu Halo, äh, Halo, anniversary 2, wie soll man sagen, Halo 2, anniversary, so rum. Äh, irgendwie macht da keine große Killzmerkigkeit. Ähm, die Grafik hat mir umgebracht. Ich habe letztens auch mal Multiplayer gezockt, Bumbe. Das ist jetzt pervers. Äh, Ghost. Weil da sind jetzt sehr viele da oben schon wieder. Das hatte ich schon mal. Das ist einfach nur Mist, wenn die da oben rumgammeln. Das ist wirklich Mist. Die gammeln da oben rum, machen sich einen schönen Tag. Da muss mal jeder mal mit Fahrzeug, dicke Waffe, dicke Wummis. Mal hier so auftauchen. Jetzt wollen sie es wissen, jetzt. Jetzt fahren die auch noch irgendein Fahrzeug, habe ich gesehen. ist noch echt. Bäm. Genau, ich sag ja, Fahrzeug nehmen. Das klappt am besten. Gehst du mich da jetzt anruhen? Honk, honk. So, zack. Wie haben wir denn noch? Ach, der ist gerade nicht drauf. Scheiße, ich glaube noch acht. Ui. Komm. Ja, eine Minute, super. So, komm, komm, komm. Ich muss mir doch das einnehmen. Da hat keine Zeit mit mich mit 10 Millionen. Das war's. Uh. Krass. Das war jetzt aber mehr als Glück. Hier mal schnell Kampfgewehr einstecken, den hier. Diesen Sturmgewehr. So. Mein Superschild. Ich habe so viele. Was ist jetzt? Wraith-Offizier. Ja. Ich werde meinen Schild noch ein bisschen behalten, ne? Aber ich habe gleich nicht mehr lange Form. vielleicht ist mein Schild weg. Oder der ist schon weg. Sag ich doch. Alles gut. Wer greift mich an? Na, ich wollte hier, ich, ich wollte jetzt eventuell den einheimsen. kann ich nichts nehmen. Oder Fahrzeug. Ein Mongoose. Es ist jetzt so ein bisschen das ist doof. Habe ich auch viel zu selten von. Ne. Vielleicht gleich. Oh, oh. Das ist fies mit der Elite da oben. Die können hier aber ganz schön nerven. Nerven ja jetzt schon. Weil die nicht einfach sterben wollen. Wui. Frag mich auf welchem Level die jetzt gerade sind die Elite. Bestimmt was. Ach. Äh. Äh. Requirierung bestätigt. So. Komm. Ist er hier ausgestiegen die Elite da hinten? Ich sah jetzt gerade so aus im Wraith besitzt keine Elite. Wieder mein Kater. Der macht nur Mist. So. Wir kommen uns jetzt um den Team Kameraden brauchen in der Nähe der Käse mit einem Boss. Boah. Hätte ich einen normalen wäre ich tot. So. Kill ihn. die Kameraden haben ein Wraith zerlegt. Ui. Hätte ich einen normalen gehabt. Ohne Scheiß hätte ich einen normalen Ghost gehabt. Ich wäre schon längst tot. Das hätte er nicht überlebt. Äh. So. Zack. Ich bin bei 6 dann, ne? Okay. Sup. Jetzt nochmal ein bisschen mit. Ah, super. Das könnte lustig werden. Gehen wir hier am Keks? Ui. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht allzu viel abkacke. Dann klappt's auch. So. Macht mal jetzt den hier, weil der ist schon gut geschwächt. Hier, Leute. Aber gut. Ich nehme mal schnell einen normalen. Wie viele Banshees habe ich denn? Ich nehme einen Banshee. Ich versuche mal ein Glück. Oder? Schon passiert. Ich versuche mal mit dem Banshee. Wenn ich jetzt nicht so ganz knorke. Direkt wie pervers hier angegriffen. Okay. Das Ziel fährt mir gerade hier jetzt ein bisschen schwer. Ui. Mist. Verdammter. Leute. Ui. Ui. Bäm. Lüppet. Lüppet. Requirierung des Levels 7 verfügbar. Okay. Aber ich bleibe jetzt erstmal mal der Banshee so ein bisschen. Aber wenigstens ist gut. Ich habe einen schnellen Banshee ausgerüstet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich damit jetzt überlebe, ganz ehrlich. Ja. Nochmal zurück zum Thema eigentlich. Ich habe das jetzt vollkommen wieder verschwitzt, weil es jetzt gerade so lustig hier wird. Ähm. Wie gesagt, ich freue mich tierisch auf den neuesten Halo 6 Teil. Ehrlich gesagt würde ich mir jetzt wünschen, dass Halo damit nicht beendet ist. Ja, kann man so schön noch was machen. Wie gesagt, ich wünsche mir noch so ein, so ein, so ein, so ein, äh, Halo Reach Teil. So, ähm. Äh. Ja, wie gesagt, so ein, so ein Halo Reach Remake Teil. Ob ich das bekommen werde, weiß ich ja nicht. Aber man soll ja nicht, äh. Ach, die sind alle unten. Oder auf jeden Fall ist der unten. Ui. Könnte lustig werden. Ui, 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 ui. Geh mal hier weg da, lieber Alpha. Ui. Der hat jetzt aber was abbekommen. Wie jumpt der denn hier hoch? So. Kuyu. Ja, ist ein Treffer gelandet. Und? Er ist gleich outdown. Eliteanführer ausgeschaltet. So, jetzt noch. Team Kameraden brauchen Hilfe mit dem Eliteanführer. Ja. Das dringend, das ist es ja. Ihr habt doch einen Panzer und so. Ihr könnt das doch packen, oder nicht? So, ja, der packt ja. Sag ich doch. Wo kommt der Boss? Jetzt, jetzt bin ich neugierig. Ich komme da nicht durch, ne? So, er versucht es da. Ich wollte nur sagen, ich sterbe doch eh. Dann wollte ich mir ein anderes Fahrzeug holen. So. Ich komme hier durch. Okay. Ui. Ui. Tö. Ich habe es versucht. Ich, es ging einfach nicht. Aber ich könnte jetzt eventuell, wenn ich jetzt eben ganz schnell pfiffig bin, ein Skorpion nehmen. Ich müsste doch da in der Nähe eigentlich auftauchen. Zwei Minuten Zeit. Wenn man es schafft. Aber das dauert mir jetzt wieder zu lang. Oh, da sind schon zwei Panzer. Das kann, das kann nicht gut gehen. Man muss echt treffen. Das Skorpion ist das, was mit Wummer hat. Und das, 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 die da drinnen sind, ist schon fies. Muss ich sagen. Also, dass sie jetzt hier drin sind, ist wirklich kacke gemacht. Bis ich ankomme. Ja gut. Zwei sind da. Das könnte durchaus klappen. Aber, Leute, ihr müsst, glaube ich, auf mich verzichten. Bis ich ankomme, ist scheiße. Das ist kacke. Ja, das müsst ihr packen. Packen die auch. Komm. Das packt ihr. Komm, steig aus. Ich kann nicht aussteigen. Der reagiert nicht. So, geht doch. So. Boah. Hab ja so geschwitzt. Ich hab jetzt geschwitzt. Ich hab jetzt gedacht, das passt. Ey, das wär jetzt was. Hui. Zur Not war mein Panzer auch da. Ich hätte sonst die Kacke da weggeräumt und dann hätte ich's da gepunktet. Dennoch super Runde geschafft. Ein Sieg, da kannst du doch nicht meckern. Und ne legendäre Ausschaltung hatte ich. Ja, ist doch wunderbar. Bin zwar so gut wie letzter, aber nicht schlimm. So, jetzt gehen wir mal eben kurz raus. Gucken paketemäßig, wie es aussieht. Sieht doch gut aus. Und ich denke mal, so ein Paketetach steht auch vor der Tür, weil wenn ich Glück hab, krieg ich ja wieder bombastisch wieder ein paar Pünktchen. Gut, liebe Freunde, das war's. Das war euer Alpha Chief. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Däumchen nach oben und schreibt Kommentare, wie ihr Halo 6, glaube ich, ja, genau so rum, erwartet, vorstellt, was ihr euch wünscht. Würde mich echt interessieren und wir können auch darüber ein bisschen diskutieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Halo 5 Guardians.